Scheine für Vereine haben wir wochenlang Stimmen gesammelt. Ein Online-Voting war am Laufen. Tausende von Menschen haben abgestimmt und am Ende gab es einen Sieger. Und dieser Sieger heißt... Ihr habt es vergessen. Ihr weiß. Der Schulverein Altheim-Alp und hier ist sowas von riesen Party los. Servus, Altheim! Das ist unglaublich. Gehen wir jetzt rein, oder? Dann gibt es die Kohle! Und hier stehen jetzt alle. Ihr wollt ja auch Geld, gell? 3000 Euro, oder? Ja! Wir haben jemanden dabei, der hat das Geld auch. Der Manfred Oster, meine Damen und Herren, von der Sparkasse Ulm. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Dame, die den Scheck in Empfang will. Genau. Wir rufen Bettina Ehriger auf, den Plan. Das ist die Frau, die das alles ins Rollen gebracht hat mit vielen, vielen helfenden Händen. Bettina, bitte! Das sind jetzt deine 30 Sekunden, wo du Danke sagen kannst an alle, die mitgeholfen haben. Ein herzliches Dankeschön an all unsere Schüler, an die Eltern, an unsere ganzen Freunde, an die ehemaligen Schüler. Und ich bin da ganz bewegt, dass das funktioniert hat und dass wir, kleine Schule, sowas Großes bewegt haben. Ich, ja, Wahnsinn, freie Realschule. Wir haben es echt richtig hingekriegt. Toll! Vielen Dank an euch alle! Bettina, der große Moment ist gekommen. Und der ist schon beschrieben. Und den darf man jetzt festhalten. Und Jonny das Ess zudecken. 3.000 Euro für den Schulverein Altheim-Alm! Geld wird unter anderem gebraucht, ja, für neue Tischtennisplatten, die ihr euch unbedingt leisten wollt. Und als wir davon gehört haben, haben sie sofort Kontakt mit uns aufgenommen, weil wir haben ja auch gute Freunde des Hauses. Keine geringen als die Tischtennisfreunde Liebherr Ochsenhausen. Und die sind heute auch noch hier und haben für euch auch noch was mitgebracht. Bitte empfängt sie mal mit einem riesen Applaus! Wenn eine Schule so begeistert ist und so viel Tischtennis brennt und Tischtennis lebt, dann möchten wir da eben auch noch was dazu steuern. Deshalb gibt es heute erst mal in kleinem Format den Tisch, weil wir gesagt haben, wir zusammen mit Donau3FM möchten euch dann wirklich was einzigartiges mal geben. Das heißt, wir sind im Moment schon dran, eine Platte schön aufbereiten zu lassen und dann noch mit den Unterschriften aller unserer Spieler, aller Trainer. Einerseits selber spielen ist natürlich am schönsten. Was aber ganz gut ist, wenn man mal sieht, wie es die ganz Großen und die ganz Guten machen. Wir haben jetzt am Sonntag ein Heimspiel in der Tischtennis Bundesliga und da habe ich noch einen ganzen Schwung Gutscheine mitgebracht und Eindruckskarten für die ganze Schule. Also ich bin sicher, die kommen alle in der Hand der Riese Unterstützung, oder? Ihr habt es zu Recht verdient. Unsere Gewinner 2017 bei Scheine für Vereine. Der Schulverein Altheim-Alp! Uuhuuu! Uuhuuu! year fein das R.F.M.